Am kommenden Samstag findet bundesweit der Tag der Städtebauförderung statt. Zwickau beteiligt sich mit der wohl aktuell bedeutsamsten Baumaßnahme in der Innenstadt daran. Die Rede ist vom ehemaligen Schockenkaufhaus im Herzen der Mulde statt. Vor Ort können sich alle Interessierten vom Baufortschritt am Projekt überzeugen. Diese bestanden bisher im Wesentlichen in Rückbau-, Sicherungs- und Aushubmaßnahmen im Innen- und Außenbereich des ehemaligen Schockenkaufhauses. Die Projektbeteiligten der GP Papenburg Hochbau GmbH und der Stadt Zwickau stellen die bisher durchgeführten Bauarbeiten vor und beantworten Fragen. Zu beachten ist dabei, dass aufgrund des derzeitigen Baugeschehens eine Führung durch das Objekt an diesem Tag nicht möglich ist. Außerdem ist der Präsentationsbereich nicht barrierefrei zugänglich. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Hauptstraße 3 bis 5.